zurück zu einer neuen folge layers of fear so wir sind in unserem büro arbeitszimmer was auch immer es ist nichts zu machen Moment ok was 6 3 3 6 3 so da war eine rate manche gemälde sport in jeder beschreibung schweige in einer kritik okay so ja bringt so ein büchlein auf und jetzt ok 3 6 3 nochmal 3 was alles klar was ist falsch hallo ja gut hey diese puppe da oben 8 5 3 8 5 3 ok das löst nichts das nie wird es nie alter was zum 3 5 4 ganz schnell rüber hier da war ich unten ja I needed something to add the, how should I put it, final touches, a finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven, fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? What? Von wem ist dieser Finger? Von wem? Das will ich gar nicht wissen. Es wird nicht besser. Frau und Kind. Okay. Nee, klein weiter, ja. Obwohl. Nö. Tschüss. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Auch wenn die hier etwas kürzer ist als sonst, ähm, Versuche, was Versuch und Irrtum, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe wir sehen uns zum nächsten Video, bis dann bleibt uns spannend. Genießt den Tag und bye, bye. 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 Bye.